Ich bin Manuela Starkmann. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Lebe Deine Klarheit. Heute ist Jubiläumsausgabe 250 Folgen. Klarheit, Heilung, Spiritualität. Darum geht's bei mir. Kann ich dir heute so ganz frei und schnell sagen. Es hat aber ganz schön lange gedauert. Und davon möchte ich dir erzählen in dieser Jubiläumsausgabe von meinem Podcast Folge 250. Schon spannend. Es gibt einen Impulsgeber und das war der Dirk. Ohne Dirk, Dirk Kreuter, hätte ich mich als Verkaufstrainer nie selbstständig gemacht. Also weder Verkaufstrainer noch selbstständig. Und vor fünf Jahren hat er mich gefragt, als wir ihn besucht haben. Wir sind befreundet, also nebenbei erwähnt. Sag mal, hast du auch einen Podcast? Und ich bin technisch und neumodischem und politischem echt komplett gähnend leeres Niemandsland. Ich wusste, glaube ich, nicht mal, was ein Podcast ist vor fünf Jahren. Also im Sinne von, dass ich sowas vielleicht mal als Wort gehört habe, aber nicht mal einen Podcast. Und wir stehen dann in der Küche und ich sage, nee, habe ich nicht. Was ist denn das überhaupt? Und dann sagt er, Ela, solltest du haben. Okay, hallo, Zeitsprung. Ich spreche heute die 250. Folge. Und lieber Dirk, imaginär gesprochen, vielleicht mache ich dir auch noch eine Sprachnachricht. Ist es echt schön, danke, dass du mich gesehen hast, als ich mich nicht gesehen habe, dass du meine Gaben wahrgenommen hast, als ich keine Gaben an mir wahrgenommen habe. Und sozusagen Dirk hat mich auf die Bühne geschickt. Ich war vorher immer im Büro und beim Gedanken, ob ich für ihn arbeite, also der Anfrage von ihm zu mir, war auch wieder das Büro, das Backoffice eigentlich vorgesehen. Und als er mich dann im Training, also offiziell als Hospitant wahrgenommen hat, wie ich mit den Menschen umgehe, was ich sehe und spüre, ohne damals 1999 auch nur ansatzweise zu wissen, was ich wirklich kann. Also Heiler und Medium war da noch ganz weit weg. gab es halt dieses wunderlustige Gespräch im Auto, in einer Tiefgarage, wo er sagte, Heiler, dich im Backoffice haben wäre echt genial, aber das ist Perlen vor die Säue schmeißen. Du gehörst zu den Menschen. Und vor 22 Jahren war ich minimal ausgeprägt, selbstbewusst. Und ich habe schon gespürt, Dirk ist mein Freund, der schmiert mir jetzt kein Honig um, nicht die Nase, um die Ohren, um den Mund, ich weiß jetzt gar nicht, egal, kein Honig. Der meint das so, der sieht das in mir. Aber als Mensch mit wenig Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, kann ich das hören und akzeptieren, aber in mir war es eher so, hä, wovon redet der denn? Ich doch nicht. Und es war ein langer Weg, um heute hier 2020 anzukommen und so in meiner Klarheit zu sein und dankbar für diesen Schubs. Ich wollte in Würzburg, wo ich damals gewohnt habe, nachdem klar war, okay, du solltest zu den Menschen, du gehörst zu den Menschen, erst mal in einer Firma als Trainer arbeiten. Gegebenenfalls kannst du dir vorstellen, vor 22 Jahren und im kleinen Würzburg gab es da nicht Riesenangebote. Also ich habe ein Unternehmen gefunden und da habe ich dann angefangen zu arbeiten, angestellt und obwohl ich eigentlich nur bei dir kospitiert habe, wusste ich, das ist es nicht. Ich muss zum Hospitieren noch was dazu sagen und denke immer dran, bei all den Geschichten, die ich sage, ich bin der Träger der Geschichte und da ist der Subtext für dich mit drin. Wir haben jeden Tag den Tag so verbracht, dass wir den Trainingsraum gemeinsam hergerichtet haben. Und Dirk war natürlich der Trainer, der Verkaufstrainer oder Thema war auch manchmal nicht Verkaufs-, sondern Kommunikation, Verkaufen am Telefon, Zeit- und Selbstmanagement. Das war sein Spektrum damals. Heute ist er der bekannteste Verkaufs-Speaker in Europa, ich denke mal mindestens. Und ich wurde von ihm vorgestellt als Co-Trainer. Uns ging es dabei einfach darum, dass ich eine Vorstellung bekomme, was mache ich denn, wenn ich im Backoffice arbeite. Also was sind die Themen, was sind die Teilnehmerunterlagen, was fragen den Teilnehmer, zum Beispiel um Teilnehmerunterlagen, dann auch zu vereinfachen, zu verbessern. Und natürlich die Anfragen von den Unternehmen, Dirk hat für Unternehmen gearbeitet, gut beantworten zu können, weil ich einfach, ich denke schon, so drei Monate als Hospitant ihn begleitet habe. Und dann eben zu wissen, was passiert denn in der Praxis, damit ich dann sozusagen in der Theorie, in meinem Backoffice handlungsfähig bin. Ich kann mir vorstellen, ein Mensch lächelt jetzt mindestens mit dem Wort handlungsfähig, weil es ist mir heute im Guiding einfach elementar wichtig. Weil ich einfach sage, ein Guiding ist leicht, lustig, lösungsorientiert, während der Mensch da ist. Und wenn er dann wieder von mir weggeht, ist er endlich in seinem Leben handlungsfähig. Okay, also das war unser interner Deal. Es war wie meine Ausbildung, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eine dann letztendlich gesehen, in einem meiner Trainerausbildungen, Coachausbildungen. Und vor den Teilnehmern war es einfach ein, hier ist der Co-Trainer. Das heißt, ich habe mich bei den Übungen beteiligt, dass ich halt den Menschen geholfen habe, wenn es Paar- oder Gruppenarbeiten waren. Und damals schon, das war immer cool, aber das habe ich auch erst sehr viel später verstanden, als ich eben wusste, ich bin Heiler, ich bin Medium. Ich wusste halt, was die Menschen denken und fühlen. Und auch bei so banalen Aspekten, wie Dirk hat eine Übung erklärt und jemand hat es nicht ganz verstanden, weil sich innerlich vielleicht was erst mal gesträubt hat. Man war es immer sehr gleichberechtigt, dass ich dann zu Dirk sagen konnte, du, der Teilnehmer da und da hat, er hat es nicht verstanden, es geht ihm um das und das. Und dann hat es Dirk nochmal nachgesteuert. Es war immer ganz sanft, also nie ein Belehren oder ich habe mitbekommen, da war einer jetzt irgendwie, der hat es nicht kapiert, sondern es war einfach, wir waren ein schönes Team. Der Extrovertierte und die Introvertierte. Und es hat für die Teilnehmer sehr viel Sinn ergeben. Und ich habe den ganzen Tag über mitgeschrieben, was sagt Dirk, was ist der Inhalt der Technik zum Beispiel, wo habe ich Fragen, warum macht er das in der Reihenfolge oder warum hat er bei einem Teilnehmer so reagiert. Und auch da, ich hatte da noch keine Trainerausbildung bewusst. Ich wusste nicht, worum geht es da. Ich habe einfach, auch eins meiner Lieblingsworte, beobachtet. Naja, und dann beobachte ich und schreibe mit. Minuten genau wohlgemerkt. Also ich bin da echt ein Nerd. und abends habe ich dann eben meine, ich weiß es nicht, 10, 20 Zettel rausgezaubert, wo Dirk auch angenehm, also überrascht und angenehm überrascht war, weil Dirk wie ich auch, wir lieben, wenn Menschen was verändern wollen und wenn die Gas geben, also wenn es, wenn es einfach Menschen sind, die, die wollen, die sagen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich hole mir jetzt einen Profi und lieber Profi, unterstütze mich. Und ich sehe sogar, wenn ich jetzt das eine erzähle, dass wir eben einmal im Restaurant waren und dann, das war ein langgezogener, also ein rechteckiger Tisch. Dirk saß auf der Bank, an der Kopfseite, ich saß auf einem Stuhl und habe halt den Tisch nach links für mich gut gehabt, um meine ganzen Unterlagen schön auszubreiten und und dann habe ich halt Dirk gefragt. Und er hat dann auch, das habe ich gar nicht geschnallt, weil ich wusste gar nicht, dass er gerade eigentlich von mir ein Feedback bekommt. Er hat dann auch Notizen gemacht, das fand ich immer ganz schön, weil da habe ich mich sehr wertgeschätzt gefühlt. Weil denk dran, es war, Manuela, magst du in meinem Backoffice arbeiten und komm doch dafür einfach mal ein paar Monate mit und hospitiere. Ich wusste nicht, dass er aus meinen Fragen was lernt. Und ich finde es grandios, wenn Menschen so offen sind, dass sie immer lernen können und wollen. Und für mich war es einfach ein, ah, ich verstehe, warum hast du das so gemacht oder was ist der Sinn der Übung, weil für mich war ja auch immer im Hintergrund, ich schreibe dann über diese Übungen auch mal Teilnehmerunterlagen und dann muss ich das ja verstanden haben. Oder es ruft jemand an und sagt, der Teilnehmer kommt damit nicht weiter, dann muss ich ja helfen können. Also gehe ich da auch sehr strukturiert und analytisch und gewissenhaft ran. Ich bin schon eben dieser Nerd auch. Der bin ich auch heute noch. Heute bin ich aber mehr Highland-Medium. Zum Glück. Und wir haben dann wirklich den ganzen Tag, ich möchte sagen, minutiös durchgekaut. Und ich habe unfassbar viel dabei gelernt. Und auch da denkt dran, ich habe nicht mal gewusst, was ich gerade lerne, weil ich war ja eigentlich nur so, naja, dann habe ich es jetzt verstanden für, wenn dann im Backoffice was passiert. Im Sinne von, auch eins meiner Lieblingsworte, ich bin vorbereitet. 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 Das ist auch eins der Worte, warum ich sage, komm zu meinem Webinar, was du über Sterbebegleitung wissen solltest, am 11. Februar 2022. Um vorbereitet zu sein. Nicht, weil das dann passiert, sondern um vorbereitet zu sein. Und wenn ich da in der Praxis bin und den ganzen Tag von Dirk zuhöre und lerne, die Teilnehmer wahrnehme, war das für mich meine Vorbereitung auf das, worum es nämlich geht, im Backoffice sein. Und ich habe mich auf den Job gefreut, weil ich bin Großhandelskaufmann, weil ich eben unter anderem analytisch strukturiert bin, ich bin Hotelfachmann, weil ich mich unfassbar gerne um Menschen kümmere und ich bin Marketingfachkaufmann, damals zu dem damaligen Zeitpunkt von meinen Ausbildungen gewesen, weil ich gerne das Aufgabenorientierte mit dem Menschenorientierten in einem Beruf verbinden wollte und dachte, im Bereich Marketing, wenn man einfach auch Aktionen plant, dann kommt da einfach was Schönes mit Menschen raus, also mit physischen Menschen. Jetzt keine Werbeanzeigen, sondern Aktionen, wo eben Menschen informiert werden. Guck, da macht meine Technik gleich Bimmel. Und das fand ich total schön. Und das waren einfach auch gute Voraussetzungen, um mit diesen damals drei, da war ich 29, mit diesen drei IHK-Ausbildungen eben auch in der Theorie, und ich hatte ja vorher schon gearbeitet, in der Praxis, gut zu sein. Ich war sogar mit Anfang 20 Führungskraft. Also, ich war schon so ein bisschen Nerd und Erfolgstyp weltlich. Und das hat mir natürlich auch gefallen. Also, ich habe halt einfach mitgebracht, was die Stelle ausfüllen sollte, ohne das damals so hätte beschreiben zu können. Weil, wie gesagt, ich war einfach nur, wie sage ich es denn, Bei Fakebook gibt es, wenn man die Gefühlsemojis aufmacht, wenn man was postet, einen, der ist so halb. Ich weiß gar nicht, wie der sich nennt, dieser kleine Emoji. Halb vielleicht? Also, ich habe mich nie als was Ganzes gesehen, als was, was kann und was in die Sichtbarkeit sollte und geschweige denn anderen Menschen etwas sagen darf, sie begleiten darf, sie lehren darf. Naja, und wir haben halt einfach viele dieser verschiedenen Themen gehabt. Ja, mehr mit der Ausrichtung auf Verkauf oder Verkauf am Telefon, aber eben auch Zeit- und Selbstmanagement. Ich habe, das ist das Schöne an diesem Beruf, natürlich auch für mich als Mensch unfassbar viel gelernt, aber eben auch als, ich wäre dann irgendwann sozusagen die Fee im Backoffice gewesen. Naja, bis zu diesem Augenblick, wo Dirk in diese Tiefgarage fährt an einem Abend nach einem Training. Ich kann dir heute gar nicht mehr sagen, ob wir das Feedback-Gespräch schon hatten oder nicht, wahrscheinlich nicht, ist aber auch letztendlich wurscht. Und wie er das Auto ausmacht, guckt er mich eben an und sagt, du war wieder heute total toll und du in meinem Backoffice wäre echt, er sagte auch, dass er dann einfach das Vertrauen haben kann, dass da alles läuft, weil ich bin eben sowohl super gewissenhaft als auch super menschenorientiert. Er hat mir damals auch das DISC-Modell gezeigt, das heißt heute Persolog, und sagt dann eben, du bist G und I, das gibt es eigentlich gar nicht, diagonal sind die Menschen nicht, sondern die sind eben nebeneinander, aber ich war halt schon immer anders. Und das Coole war, es war nicht wie in meiner Kindheit, ich bin halt anders und nicht normal wie die Masse, sondern ich sehe halt die Welt mit eigenen Augen und demzufolge ist das Kunst oder kann das weg und das konnte dann eher weg, also es wurde nicht wirklich als was Tolles wahrgenommen und somit war halt auch mein Selbstvertrauen gegen Null gehend. Und da war jemand, wie meine Oma, der hat mich gesehen und der hat auch was in mir gesehen, was ich natürlich damals nicht gesehen habe. Und Dirk und ich, wir reden beide sehr ehrlich, sehr klar, da kommt in der Regel nicht wirklich viel Plüsch rum und demzufolge wusste ich, was will er mir damit sagen, weil es wäre toll, dich in meinem Backoffice zu haben, weil ich einfach weiß, du würdest dich absolut perfekt um alles kümmern, aber Ela, das wäre Perlen vor die Säue schmeißen. Du gehörst zu den Menschen, du gehörst vor die Menschen. War ich zwar überrascht, was er da Schönes in mir sieht, aber ich habe selber nicht gesehen und gleichzeitig vertraut, dass wenn er das sieht, mein bester Freund, dann ist da was. ich kann es nur nicht sehen. Aber ich vertraue darauf, dass er etwas sieht und ich kann dir nicht mehr sagen, ob ich neugierig war, das selbst herauszufinden, was er da Schönes, Gutes, Schlaues, Weißes an mir wahrnimmt. Ich habe ihm aber wie immer vertraut, dass er da auf dem richtigen Weg ist und mir im Rückblick auch eben eine Lampe angemacht hat. Naja, und wie gesagt, dann habe ich versucht, in dieser Anstellung zu arbeiten, um dann festzustellen, hey, nach ein paar Monaten bei Dirk, was wie gesagt den Wert einer Trainerausbildung, einer Coachingausbildung hat, stecke ich die Leute, die das theoretisch oder angeblich professionell machen, einfach mit geschlossenen Augen nachts um halb drei mit beiden Händen auf den Rücken festgebunden, besser? Und da war ich einmal so verstimmt, ich kann man normal nicht richtig verstimmen, also jetzt nicht und damals auch nicht, dass ich da gekündigt habe und gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Ich habe keinen Bock für unprofessionelle Leute zu arbeiten, die mit den Teilnehmern nicht gut umgehen, die selber unternehmerisch und menschlich ahnungsfreie Zone sind. Das regt mich nur auf, das hat null Qualität und ich möchte das nicht. Mein Umfeld hat total Angst gehabt, so wie selbstständig, was ist denn ein Trainer und wie kommt der an seine Kunden und wie kommt der an Geld und was muss man dafür alles lernen, weil Überraschung, das hat mir ja letztens auch jemand vom Finanzamt gesagt über meine Ausbildungen als Heiler und Trainer, es sind ja keine Ausbildungen. Wo ich mir denke, genau, weil dieses rationale, korrupte System nur Ausbildungen anerkennt, die zum Beispiel die IHK, die HWK oder weiß der Kuckuck wer noch macht und dann, dann darf sich das Ausbildung nennen, wie ekelhaft. Also ich habe diese Ausbildungen und in einem Zeitsprung, wir haben immer unseren Kontakt gehabt, wir haben immer abends, also immer, wir haben oft uns abends dann aus dem Auto raus angerufen, so wie war dein Tag, was für Teilnehmer, was für Themen hattest du und haben dann sozusagen unsere Feedback-Gespräche weiterhin gehabt und da wir schon eben so gut darin waren, auch über das DISC-Modell das dann zu beschreiben, war das einfach immer unfassbar vertrauensvoll und lehrreich. Es hat mich sehr, sehr weitergebracht. Auch zu meinem Selbstvertrauen, weil ich dann ja auch gemerkt habe, dass ich doch was kann und dass ich doch nicht blöd bin und dass mir die Menschen zuhören und dass sie, auch wenn ich damals genauso wenig davon wusste, dass sie mit der Art, wie ich etwas vermittle, nämlich nicht als Technik, sondern eher als Emotion. Fragetechnik, kriegst du an keinen hin, trainiert, der innere Blockaden hat, andere Menschen etwas zu fragen, weil er zum Beispiel denkt, er wäre damit unhöflich oder übergriffig, also würde in einen Menschen indiskret dringen, auch wenn es darum geht, keine Ahnung, wie viele Kunden kaufen denn bei ihnen dessen das, um einfach ein besseres Bild von dessen wiederum Kunden zu haben. Ich konnte immer die Blockade auflösen und dann konnte der Mensch die Technik verstehen und dann hat er sie angewendet und dann war die Selbstmotivation natürlich riesengroß. Das hat auch irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich bin kein Trainer und kein Coach, ich bin Guide. Ich habe die Vorgehensweise Guiding entwickelt. Ich habe mich als Erster, ich möchte fast sagen weltweit, auf das Thema Klarheit spezialisiert und das, obwohl ich seit Jahren von sämtlichen Pseudomarketing-Profis erzählt bekomme, das ist keine Positionierung und das versteht keiner. Komisch, zu mir kommen Menschen, die sagen, mir fehlt gerade Orientierung, ich möchte Klarheit schaffen. Und Überraschung, die haben Klarheit verstanden und die kommen auch in ganz verschiedenen Themen, weil es geht nicht um Thema wie Neukundengewinnung in der Branche XY, in dem Postleitzahlengebiet 1, 2, 3, 4, 5, um so einem Marketingvogel gerecht zu werden, wo man total ein Alleinstellungsmerkmal haben muss und spitz an den Markt gehen, sondern Klarheit. Und zwar unabhängig, welches Thema. Und mein Spektrum von meinen Ausbildungen ist ja so groß, dass ich, wie ich es immer sage, wenn dann einer sagt, ich würde aber gerne im Bereich Marketing was machen oder eine Facebook-Seite erstellen oder ich habe einen Trauerfall oder ich habe mein Baby verloren oder ich bin mir gerade nicht sicher, wegen meiner Berufung, um jetzt nur einige Aspekte und du merkst, wie breit das ist, zu nennen, warum die Menschen zu mir kommen, wenn sie Klarheit suchen, Klarheit schaffen wollen. Da ist Klarheit sozusagen die Positionierung, das Alleinstellungsmerkmal. Und da sonst keiner macht, wenn überhaupt dann eben nachmacht, sprich kopiert, ist es meine Position. Und ich liebe das Wort Klarheit. Weil in Klarheit ist aus meinem Gefühl alles drin, alle Antworten, worum es geht. Aber glaub mir, das war auch keine leichte Zeit, weil dieser Change, weißt du, in einer rationalen Welt, in der es nur um Erfolg und Materie geht, also Kohle, 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 sowohl Kosten senken als auch die Unternehmen wollen, dass die Mitarbeiter mehr verkaufen, egal ob im Innendienst oder im Außendienst. und die Verkaufsleiter sind nur getrimmt auf Kohle, Kohle, Kohle. War es natürlich so ein Ding, dass von dem, wo sie auch bereit waren, was dafür zu bezahlen, der Aspekt, könnten wir nicht erst mal eure Mitarbeiter anschauen, also die Menschen und könnten wir, also wir, ich, also wir im Sinne von, als wenn ich ins Unternehmen reingehe, das ist schon richtig sprachlich von mir benannt, aber mit ich in meiner Intention können wir nicht einfach auf Menschen schauen. Der Umsatz wird von alleine folgen. Der wird von alleine erfolgen, weil glückliche Menschen machen ihren Job gut und in dem Fall der Verkäufer halt verkaufen. Und spannenderweise war das vor um die 15 Jahren, 17, in Deutschland kein Thema. Da gab es zwar sicher das Thema mit der Wiedereingliederung, wenn jemand mal krank war, aber ich habe das Gefühl, die haben nicht den Zusammenhang gesehen zwischen gesunder Mitarbeiter und Freude an der Arbeit oder nicht glücklicher Mitarbeiter, Fluktuation. Und wie viel kostet es, einen gesunden Mitarbeiter kaputt zu machen, um dann einen neuen zu suchen? Nee. Also, es klingt gegebenenfalls in Kurzfassung erzählt leichter. Mein Weg, diesen Wandel zu gehen und auch zu sagen, ich kann und will nicht mehr nur Verkaufstechniken, Kommunikationsmethoden vermitteln. Ich möchte Menschen wirklich helfen. war zwar sicher auch edel von mir, aber es hat mich unfassbar viel gekostet. Kunden, Geld, Zeit, Energie. Und ich habe sehr viel gezweifelt, ob dieser Weg richtig ist. Und ich habe davon noch nichts von meinem Geistführer gewusst. Ich war also für mich gefühlt alleine auf einzelnen Posten und dann eben auch Single. Also, ich musste für alles selbst sorgen. Glaub mir, das war nicht leicht. Und immer dieses Gefühl, soll ich wieder in den Vertrieb zurück, Vertriebscoaching oder eben auch gucken, dass ich da drüber ein bisschen Geld verdiene, um dann eben den anderen Part auszubauen. Damals wurde mir auch gesagt, also, Spiritualität ist in interessiert in Deutschland keinen. Kein Mensch geht in Deutschland zum Beispiel zum Therapeuten und wenn, dann nicht laut. In Amerika hat mir einer gesagt, ist es normal, ein, zwei Mal in der Woche zum Psychologen zu gehen und ganz offen drüber zu reden. In Deutschland ist es das nicht. Und das erlebe ich ja teilweise heute noch. Also, ich wünsche mir immer sehr, dass die Menschen, die bei mir waren, auch ihren Freunden, guten Bekannten, Kollegen, Mitarbeitern, je nachdem, sagen, du, ich war wo und es war alleine schon beim ersten Kontakt total klärend und heilsam. Aber noch ist es in Deutschland so, dass man halt es leider eben für sich behält, weil ich denke, jemanden wie mich, ich würde nicht in den gelben Seiten suchen, um zu zeigen, was für ein altmodisches Mädchen ich bin, sondern da würde ich jemanden trauen, vertrauen, wenn ich weiß, der tickt so ähnlich wie ich und der war wo und es hat gepasst. Beim Restaurant und vielleicht beim Physiotherapeuten fragen wir da auch in unserem Umfeld oder erzählen es im Bereich Heiler. Das ist, glaube ich, in Deutschland noch zu Spooky in großen Teilen. Und das hat es halt auch schwer gemacht, darum erzähle ich das. Es war immer wieder, ja, vielleicht täusche ich mich, bin ich auf dem richtigen Weg oder täusche ich mich, weil ich habe ja die Sicherheit verlassen. Ich habe die Sicherheit verlassen, auch die finanzielle Sicherheit. Ich habe einen Arsch voll Geld verdient, im wahrsten Sinn des Wortes, bekommen und verdient. Ich habe einen hervorragenden Job gemacht. Ich habe, glaube ich, um die 14 Tage Arbeits-, 14 Stunden Arbeitstage gehabt. Also eigentlich hätte ich noch mehr verdient und bekommen müssen, weil die Tage einfach so endlos waren und das Wochenende war dann eigentlich immer auch ganz freudlos. Es war Koffer auspacken, Wäsche waschen, nacharbeiten, vorbereiten, Koffer einpacken, weg. Sonntags meistens schon. Und ich habe halt so viele kranke Menschen gesehen, die das auch zum Beispiel als Führungskraft natürlich nicht vor den Mitarbeitern in irgendeiner Form wahrnehmbar zeigen. Aber ich habe es gesehen und immer noch ohne zu wissen, dass ich Heiler bin und dass ich Menschen sensitiv lese und dass es eine Aura gibt und eine geistige Welt und Quack, Quack, war mir alles nicht klar. Aber ich habe es, weil es meine Gabe ist, natürlich auch als Fähigkeit dennoch schon gelebt. Und damals war eben Burnout so ein leises Thema, was natürlich auch niemand gesagt hat, aber ich erinnere mich noch an den einen Verkaufsleiter, der mir gesagt hat, er hat einen diagnostizierten Burnout. Aber er sagt zusammen, Arzt, auch wenn der da gar nicht begeistert ist, dass er sich nicht von ihm krank schreiben lassen will, weil er einfach nicht so weit ist, sich selber Burnout einzugestehen, dass er energetisch am Limit ist und halt auch Sorge um seinen Job hat. Und wenn das dann länger ist, weil er halt auch recherchiert hatte, Burnout ist halt auch ein bisschen längerfristig, behält er dann seinen Job und dann ist er lieber krank in seine Aufgabe reingegangen. Und da habe ich mich sehr viel da habe ich begonnen, so rum muss ich sagen, mich viel mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Und demzufolge mit Heilung, Selbstheilung, Selbstheilungsenergie, Selbstheilungskraft. Wer heilt denn jetzt eigentlich wirklich? Also ist es der Schulmediziner oder ist es der Patient? Im Sinne von wer ist der, der eigentlich mithilft und wer ist der, der sozusagen die Hauptarbeit macht? Um dann für mich wahrzunehmen, die Helfer sind die außenrum, die Hauptperson ist der Mensch, der Klient, der Patient. Und habe auch dann wahrgenommen, wie viel aus meinem Gefühl heraus völlig falsch gesehen, gemacht wird. Und dann kam auch wirklich in einem Jahr alles zusammen. 2013 war Umstellung auf vegane Ernährung, die Ausbildung, ich habe die zwischendrin jetzt mal alle weggelassen, also weil ich kann dir nicht sagen, wie viele Ausbildungen ich habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich müsste nachdenken, ich müsste sie aufzählen und dann gucke ich irgendeinen Ordner durch und denke mir, da war ja noch eine. Und von den Workshops, die ich besucht habe, brauchen wir jetzt mal gar nicht zu reden und von den Büchern, die ich gelesen habe, weil das ist nicht aufzählbar. So, 2013, Umstellung auf vegan. Und zwar nicht nur Ernährung, sondern je mehr ich mich damit befasst habe, auch im Bereich, wo ich überhaupt nicht drauf gekommen wäre, dass in meiner Körperpflege Tier drin ist. Und zwar so, dass man das echt nicht möchte, wenn man es dann weiß. Sehr, also ich habe 2013 unfassbar viel mal wieder, also ich habe immer viel gelernt, aber da ganz besonders eben in diesen Bereichen, um dann zu sagen, okay, dann möchte ich auch in dem Bereich Körperpflege und zum Beispiel Putzmittel dafür sorgen, dass ich nicht mit Verursacher von Tierleid bin, neben dem, dass es für niemanden gesund ist. Die einen sterben sogar dran und die, die mehr oder weniger damit leben, werden dadurch krank, sprich der Mensch. Und um es mal so zu sagen, ich möchte das nicht. Ich habe die Ausbildung als Sterbebegleiter gemacht, wunderschön, und ich habe die Ausbildung über ein ganzes Jahr bei Gordon Smith und Stephen Levitt gemacht, Healing and Mediumship, also Heilung, alles was mit Heilung zu tun hat, und Medialität, Jenseitskontakt. Und natürlich bin ich im Bereich neben dem, dass ich Gordon und Stephen als Lehrer sehr schätze und jetzt auch gerade wieder im Bereich Healing beim Stephen in einer siebenmonatigen Weiterausbildung bin, sind es für mich zwei Lehrer, die ich sehr, sehr schätze. Natürlich habe ich in dem Bereich Healing and Mediumship auch noch andere, Lehrer dann über die Jahre bis jetzt heute gehabt und werde auch da weiterhin noch viel machen. Wie auch zum Beispiel, wenn ich dann wahrnehme, dass es sozusagen übersetzt die sprechende Medialität gibt, das mache ich teilweise jetzt zum Beispiel hier auch über den Podcast. Du wirst an manchen Folgen wahrnehmen, vielleicht klingt auch meine Stimme dann ein bisschen anders, das wäre jetzt mal tatsächlich eine Frage an die Zuhörer, wo auf einmal was reinkommt, was nicht mehr von mir ist oder eben ganz konkret bei den 26 Minuten Klarheit, das ist dann von meinem Geist Führer, aber das wusste ich gar nicht, weil für mich, wie damals beim Dirk, beim Hospitieren, ich wusste gar nicht, was meine Gabe ist, weil ich habe von der Fähigkeit nichts gewusst, ich habe es halt einfach gemacht und dann war das immer so schön und erhellend eben zu merken, ah, das ist tatsächlich ein Talent, ja cool, dann möchte ich auch die Fähigkeit mit der Fertigkeit, nämlich dem Lernen darüber, verbessern und das schätze ich einfach sehr und je mehr ich mich eben in den Bereichen aus- und weitergebildet habe, umso unsinniger kam mir eben auch das weltlich Materielle vor oder zumindest die Reihenfolge im Sinne von Außen oder eben auch Status und Geld was ja irgendwie alles so mit Außen zu tun hat das war so wichtig und eher irgendwie auch für mich in dem wie ich meine Ausbildungen damals ausgesucht habe oder meine Jobs oder wie auch immer und dann habe ich wahrgenommen dass es im Leben um was ganz anderes geht und auch dass der Bereich Medizin um es mal so auch deutlicher zu deklarieren dass es was unterschiedliches ist nicht dass es wie ich erlebe und zwar sowohl vorher über die Fähigkeiten wo ich oft etwas sehr unstimmig erachtet habe was ich dann einfach später durch lernen und natürlich unfassbar viel über Medizin selbst zu studieren wahrzunehmen das geht auch anders und besser und und auch diese Ernüchterung die mir sehr wehgetan hat über einen längeren Zeitraum solange ich das sehr viel recherchiert habe und noch sehr offen und innerlich ungeschützt eben auch recherchiert habe dieses Wissen es ist bekannt dass das jeweilige Füllmittel zum Beispiel krebserregend ist und es kommt trotzdem ins Essen ins Getränk in die Zahnpasta das hat mich ich habe das verstehe ich heute noch nicht also wenn ich weiß dass was ungünstig ist wie Fluorid dann ist es nicht mal als Mühchen in der Zahnpasta oder sonst wo dann ist es einfach komplett raus und das habe ich als Mensch Heiler und Medium wirklich erst mal irgendwie und ich tue es immer noch nicht begreifen müssen dass es einfach darum geht dass ein gesunder oder ein toter Mensch in diesem System in diesem korrupten geisteskranken System keinen Umsatz macht und darum gibt es kein Interesse an gesunden und damit meine ich auch geistig freien Menschen und auch nicht an Toten weil mit denen kann man ein bisschen Umsatz machen wie natürlich muss ein gesunder Mensch auch Essen kaufen und ein verstorbener Mensch braucht eine Beerdigung aber es ist beim einen sehr wenig und beim anderen limitiert was da an Umsatz gemacht werden kann also in der Mitte die in der Mitte wären toll die die ein bisschen kranken da guckt er meldet sich gleich die geistige Welt und bestätigt mir das immer wieder faszinierend und ja das ist auch so faszinierend weil es mich so befremdet und traurig macht und in all dem weißt du ist immer meine Entwicklung drin gewesen was ist richtig was soll ich beruflich machen kann ich wirklich den Verkaufstrainer komplett an den Nagel hängen oder soll ich ihn adaptieren also langsam komme ich auch wieder hin dass ich sage okay ich würde auch wieder für Unternehmen arbeiten zum Beispiel in dem wundervollen Thema Hochsensibilität um ihnen einfach zu zeigen dass sie wahrscheinlich nicht ihre wundervollen Schätze ihre Einhörner erkennen und ich würde ihnen gerne zeigen wie man Einhörner erkennt und wie man mit Einhörnern nämlich mit hochsensiblen Mitarbeitern umgeht in einem Vortrag und dann weil ich zum Beispiel die Führungskräfte coache weil ich sehe ob jemand ein Einhorn ist oder nicht und wie man mit dem Menschen so umgeht dass das was er tut für ihn einen Sinn macht weil hochsensible Menschen brauchen einen Sinn in dem was sie tun sonst kommen sie irgendwann an die Schwelle dass der Status auch zum Beispiel über das Geld nicht mehr ausreicht und dann können hochsensible Menschen krank werden zum Beispiel ein Burnout haben Depressionen weil sie einfach so zerrissen sind zwischen den Stühlen Job und Sicherheit und den eigenen Werten denen sie einfach nicht gerecht werden können weil es zum Beispiel Ungerechtigkeiten gibt im Umgang mit ihnen oder was sie erleben im Unternehmen oder eben auch weil das was sie tun in der Form immer weniger Sinn bekommt auch zum Beispiel manchmal wie ich es immer wieder erzählt bekomme seit ewigen Jahren es wird uns was versprochen und dann wird es nicht eingehalten und jetzt haben wir so oft die Rübe vor die Nase gehalten bekommen dass wenn uns jetzt was versprochen wird glauben wir schon gar nicht mehr dran wo ich denke hoch das ist ja mal eine Mitarbeiter Demotivation das musst du auch erst mal können und da würde ich Unternehmen echt gerne helfen aber weißt du das wollte ich damals schon haben sie nicht gekauft war ihnen nicht wert aber Verkaufstraining schon wie machen wir mehr Umsatz und ich habe immer gesagt ihr macht automatisch mehr Umsatz wenn ihr euch um die Menschen kümmert nicht um die Mitarbeiter um die Menschen weil der ist der ganze Mensch 24 Stunden und der kommt mit all seinen Nöten seinem Sein seinen Human Being in den Job rein das macht doch keinen Sinn nur diesen Teil von ihm der mit dem Job zu tun hat zu fördern und dann meistens sogar nur fachlich und Fachschulungen zu geben Verkaufstraining war ja schon viel ein individuelles Vertriebscoaching war ja das haben sich ja nur die ganz großen Unternehmen die ich hatte geleistet und das ist für mich so eine verdrehte Sichtweise ich finde zuerst die Menschen und dann die Techniken und nicht wie es bei uns ist rational die Materie und dann eigentlich nichts mehr weil ja so ein Mensch ersetzbar ist aber dann doch kacke wenn er krank oder weg ist weil jetzt muss man einen neuen suchen wo ich denke siehst du nicht den Zusammenhang du Personaler oder du Führungskraft oder ihr beide lästert nicht über diesen Menschen sondern packt euch mal an der eigenen Nase was ihr alles unterlassen habt damit es dem heute so geht weil der hat irgendwann mal den Job ausgewählt vielleicht nicht nur wegen dem Geld und der Sicherheit und keine Ahnung was 5 Meter neben seinem Wohnort ist sondern auch weil der Job für ihn Sinn ergeben hat und weil er Sachen versprochen bekommen hat was er in den Job alles Sinnhaftes tun darf erlebe ich immer wieder immer also wer jetzt sich angesprochen fühlt nee ich hab da noch andere Geschichten nicht nur die von dir was da alles gesagt wird und das sind dann oft nur Lippenbekenntnisse und das macht Menschen einfach so traurig weil der Sinn dann fehlt und von dem her ja spüre ich in der letzten Zeit zwei Rufe einer ist Sterbebegleitung sowohl eben das Webinar als auch die Beratung und noch was was ich vorhabe noch ein Geheimnis und wieder in Unternehmen zu gehen in der großen Hoffnung und es kann ja auch über Zoom sein dass ich noch mehr Menschen helfen darf weil ich einfach weiß dass sich die Einhörner so gut aufgehoben fühlen würden wenn wenigstens ein Mensch auf ihrer Seite ist und ich weiß wie es mir ging als das Thema Hochsensibilität in mein Leben kam und ich mich endlich erkannt habe und dass ich in Ordnung bin wie ich bin weil auch wenn zwischen Dirk seinem Wahrnehmen meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten jetzt Zeit vergangen war und ich viel gelernt und mich weiterentwickelt habe war zum Beispiel eine Kirsche auf dem Eisbecher der Begriff Hochsensibilität aber natürlich auch zum Beispiel Geistführer und es war viel Verwirrung ich weiß gar nicht ob das jetzt so rüberkommt wie viel ich gesucht habe drum bin ich so ein guter Guide meine Vorgehensweise die von mir entwickelte Vorgehensweise Guiding ist natürlich auch so dass ich sage ich habe irgendwann für mich festgestellt ich kann mich nicht mehr Trainer und Coach nennen das stimmt nicht das ist nicht die ganzheitliche Wahrheit ich bin Guide und ich kenne diese ganzen Gebiete ich bin da schon durchgelaufen ich bin da stagniert ich weiß wie es sich anfühlt sowohl weil ich es selbst erlebt habe als auch weil ich mitfühlend bin und irgendwann habe ich eben auch erkannt weil ich sowohl sensitiv an dem Gegenüber lesen kann als auch eben über meine Hellsinne wahrnehmen kann und es sind vier Sachen vier Aspekte warum eben auch alles was in der Zusammenarbeit mit mir passiert im Healing im Guiding im Guidance in den Webinaren auch so unfassbar schnell klappt wo die Leute oft verblüfft sind weil sie immer so Angst haben dass Veränderung schwer ist und lang dauert und dann sagen hätte ich gewusst wie einfach das bei dir ist dann wäre ich ja schon viel früher gekommen ja ich habe halt versucht nicht die Abkürzung zu schaffen sondern die Essenz anzubieten und es ist immer noch so in allem was ich tue im Sinne von ich lerne ich übe ich gehe durch ein neues Lebensgebiet und als Guide kann ich dann sagen so jetzt können wir ein neues Lebensgebiet auch durchwandern und ich helfe dir bei deinem und ich werde dich immer beschützen aber für die Selbstmotivation nicht das was die Unternehmen machen die Demotivation sondern die Selbstmotivation bin ich immer an deiner Seite an deiner Seite ich beschütze dich und gleichzeitig lasse ich es dich alleine erleben damit du selbst spüren kannst du kannst es das ist mein ich nehme dich mit in dem in dem Auto in die Tiefgarage und sage dir was du alles kannst weil ich es weiß weil ich es sehe und weil ich dir vertraue möglicherweise selbst unbekannterweise mehr als du dir selbst weil ich es erlebt habe wie schön das einfach war zum Beispiel mit Dirk naja und dann dann waren wir halt vor fünf Jahren in dem Fall mal wieder bei ihm also mein Mann und ich bei ihm und seiner Frau wo ich auch Trauzeuge bin und wir stehen an dieser ähm Kochinsel wo das Ceranfeld eben auch ist es hat sowas wie von einem Bistotisch dann auch ne das war eine schöne eine schöne schöne Wohnung wollte ich schon sagen ein schönes Haus und Dirk sagt hast du einen Podcast und ich denke mir ach na schon wieder irgend sowas das was was braucht die Welt denn noch ich glaube Dirk hat sich damals auch kringelig gelacht irgendwie paar Jahre davor wo es dann so langsam in Handy ging habe ich gehört App und wusste überhaupt nicht was das ist geschweige denn wie es geschrieben wird und ich habe ihn dann gefragt was ist eine App der Dirk ist echt geduldig aber ich könnte mir vorstellen dass er innerlich sich nach hinten übergeschmissen hat und kringelig gelacht weil er wahrscheinlich sich da auch schon gedacht hat die ist echt ein Einhorn die ist zwar irgendwie physisch schon auch auf diesem Planeten aber irgendwie gehört sie woanders hin und jedes Mal wenn irgendjemand also jedes Mal unfassbar oft du kennst jetzt die Geschichte also wenn wir uns live kennen und irgendwie kommt im Gespräch das Wort App also zum Beispiel du erzählst mir dass du da eine tolle neue App hast oder ich habe gesagt ich habe vorhin in der Wetter App geguckt wie ob es jetzt schneit oder nicht du kannst dir nahezu sicher sein dass in der Hälfte der Zeit muss ich innerlich lachen weil ich bei dem Wort App diese Situation an dieser Kochinsel die ist nicht freistringt die war an der einen Seite an der Wand also man konnte nur an drei Seiten stehen will ich damit auch als Bild erklären damit du vielleicht ein bisschen mitgucken kannst wie wir da eben stehen und ja App weiß der Kuckuck ne ja voll lustig Rückblick ist schön ach danke dass ich mit dir noch viel tiefer in den Rückblick gehe als ich es eigentlich eigentlich wollte naja und dann hat der gesagt guck mal und jetzt klingelt es schon wieder und dann hat der gesagt also solltest du machen und dann dachte ich mir nur okay wie geht das was macht man da und vor allen Dingen wie geht die Scheiße technisch und dann hat er gesagt du das macht mein Büro am Anfang für dich sprech jetzt einfach mal so um die 20 Podcasts damit wir die dann einfach schnell in die Welt reingeben natürlich musst du dir noch Gedanken um Titelbeschreibung und Logo machen und dann das ist er sagte das ist einfach ähm dann kannst du das auch selber einstellen das geht jetzt nur mal für den Anfang und das ja gesprochen das Sprechen wie du merkst ist ja nicht mein Thema Technik kann ich halt nicht ähm und so ist dann mein Podcast geboren worden wie cool oder und jetzt haben wir die 250. Folge und lebe deine Klarheit geht immer um Klarheit und wenn du mal auf meine Homepage gehst manuelastarkmann.com unter Podcast und dann die Titel durchliest wirst du auch merken alles was ich vorhin gesagt habe mit Klarheit ist die Positionierung es sind komplett unterschiedliche Themen sowohl meinem jeweiligen Lebenszyklus gewidmet was gerade für mich wichtig ist als auch ganz besonders vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren wie geht es den Menschen was fühle ich weil ich natürlich als als Heiler und Medium und auch Guide auch wenn ich jetzt wahrscheinlich eher Heiler als Berufsbezeichnung wenn ich jetzt nur ein Wort auswählen dürfte von den vielen wie auch Autoren Podcastern YouTubern was es alles gibt ähm dann einfach den Heiler nehmen würde ähm witzig ich hab meinen Faden verloren na dann ist er weg dass es viele verschiedene Themen sind jetzt bin ich wieder dabei ähm und dass es natürlich in der letzten Zeit sehr viel dem gewidmet ist wie geht es den Menschen weil ich eben so viele Notfälle auch bekomme und vieles sich dann eint und damit auch den Menschen hilft wenn man spürt okay den anderen geht es auch so äh für mich ist der Podcast immer ganz nah an den Menschen ich hab ihn übrigens noch nie selbst eingestellt weil da bin ich technisch raus ich hab meinen Yoda ähm das ist der von Tom gegebene Spitznamen ich muss erst mal nachfragen wer oder was ist Yoda also nur damit du siehst äh was ich für eine Fee bin ähm und wir haben jetzt hier den Yoda den Podcast Yoda also mein Yoda stellt das alles ein das ist total genial und früher hab ich dann tatsächlich immer monatsweise vier oder fünf Montage eben vorgesprochen manchmal auch dass ich einen Monat zum Beispiel der Hochsensibilität gewidmet hab oder der Ernährung oder Filmtipps Buchtipps und irgendwann als es dann mit dieser Plandemie losging habe ich Yoda gefragt wie nah am Montag darf ich dir denn den Podcast liefern weil ich einfach das Gefühl hab ich möchte das mehr und mehr mit meinem Geistführer zusammen machen und zwar so wie er spürt worüber ich reden sollte weil das das ist was den Menschen am meisten hilft und natürlich wüsste mein Geistführer das auch in dem Fall sechs Wochen vorher für den darauf folgenden fünften Montag wäre jetzt auch kein Ding aber mich mich freut es einfach mehr einmal in der Woche einen Podcast zu sprechen und das nicht vorzubereiten sondern einfach zu sagen der ist nahezu zeitnah und Yoda hat gesagt das kannst du mir auch am Sonntag liefern also es hört sich an als wäre das in der Tat nicht so super schwer du hast ja am Anfang die so eine kleine Keltenmelodie weil ich als Druide natürlich gerne Keltenklänge mit drin habe aber irgendwas muss man vielleicht trotzdem schneiden man muss es irgendwo hochladen da bei Lipsin wo alle sind und dann muss man irgendwelche Haken setzen dass das sonst wo überall rum geht unter anderem auch auf meiner Homepage auf meinem YouTube-Kanal und hin und wieder ist auch irgendwo ein Murks da hat dann die Technik irgendwie bei Lipsin nicht so gewollt da würde ich sowas von ohne Hosen dastehen und dann frage ich einfach bei Yoda oder sage Bescheid und der macht das dann alles wieder gut von dem her nee ich bin Heiler ich muss das ich muss nicht alles können ich kann schon sehr viel auch so mit Bereich eben Facebook-Seite die Produkte selbst erstellen in WordPress also jedes Webinar was du als Produkt in meinem Shop siehst ist eben von mir erstellt bei Canva das Titelbild es hat auch seine Grenzen listen du musst nicht alles selbst machen und schon gar nicht das wo du keine Freude dran hast und ich bin 100% sicher einen Podcast einstellen ist was so technisch rationales das sagt der Heiler in mir nö nö echt nicht in der Zeit gebe ich lieber ein Healing das ist für alle Beteiligten gut und auch noch für das Umfeld des Klienten lieber das ja und von dem waren da zwei Impulse warum du mich heute hier hören kannst von Dirk und gegebenenfalls muss ich ihm echt sagen ich habe da einen Podcast da habe ich ein bisschen auch von dir gesprochen weil natürlich wenn man mich hätte damals klonen können und zwei drei Leben parallel führen wäre ich vielleicht auch da rausgekommen wo ich heute sitze in Neusitz bei Rotenburg ob der Tauber in unserem Haus das der Tom getauft hat in die Burg mit dem besten tollsten Menschen Mann Seele überhaupt mit meinen Eltern seit neuestem oder seit zwei Jahren hier in Rotenburg also fünf Minuten Fahrzeit mit dem schönsten weisesten sensibelsten Kater der auch noch wundervoll als Lehrer ist und so lieben Menschen um mich rum und ich mache da jetzt verhältnismäßig wenig Unterschied zwischen privat und beruflich weil auch zu mir beruflich als Kunden Klienten nur Menschen kommen die ich alle toll finde mit denen ich sofort in mein imaginäres Dorf klarheitig ziehen würde ist einfach richtig richtig schön also vielleicht war das für mich bestimmt und vielleicht wäre ich demzufolge auch ohne die Impulse von Dirk hier gelandet und würde jetzt an meinem Schreibtisch sitzen auf den Bildschirm schauen und wenn ich drüber gucke kann ich den Berg vorm Fenster sehen und die Bäume also sprich Berg Wald Natur aber ich weiß es nicht ich habe mich nicht klonen können und damals hätte ich wahrscheinlich es auch gar nicht gemacht demzufolge bin ich einfach dankbar dass Dirk mindestens zweimal eben dieser Wegweiser war um mit oder durch Verkaufstrainer sein mich in die Selbstständigkeit geführt hat indirekt und über den Podcast an dein Ohr bringt und jetzt zur 250. Folge hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt hätte ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen können auch dass überhaupt mein Podcast vielleicht gehört wird und ich habe letztens die Abrufzahl und guck mal der Dirk wird jetzt lachen weil der Dirk kann alle seine Zahlen aufrufen und ich vergesse die weil mir halt ich kann es dir jetzt gar nicht mehr sagen ist ja letztendlich auch wurscht weil die Geschichte ist gut ich habe letztens den den Yoda dann gefragt weil ich gesagt habe guck mal in Lipsen das sind ja glaube ich nur die Lipsen Zahlen und gar nicht wo der dann an Spotify und weiß der Kuckuck wo der noch überall hingeliefert wird ich weiß gar nicht ob das dann zurückgemeldet wird oder nicht guck weiß ich alles nicht also egal ob es brutto oder netto ist habe ich ja eben Yoda gefragt und ich dachte eher naja das ist halt nicht so dass das so viele Menschen anhören ist das eine gute Zahl du hast die Ahnung du bist der Profi und Yoda hat gesagt das ist richtig gut Leute die bekannter sind als du haben ein Viertel von dem was du an Abrufen hast und was dir die Menschen zuhören und ich brauche ganz selten rationale Beweise oder Gründe aber ich kann dir sagen das hat mich unfassbar gefreut ich kann dich erreichen über meinen Podcast vielleicht kennen wir uns und du weißt wie ich aussehe du warst hier schon zum Healing zum Guiding du weißt wie meine Körpersprache ist wie ich sitze wenn ich was erzähle wie ich dann vielleicht auch mal mit den Augen so in die geistige Welt vielleicht ein bisschen rüber gehe weil ich gerade einen Gedanken verfolge den ich in eine schöne Sprache bringen will aber vielleicht kennst du mich auch bisher nur über den Podcast nur meine Stimme und ist es nicht dennoch in beiden Beispielen unfassbar nah und vertrauensvoll und heilsam ich finde es unfassbar schön ich mag den Podcast sehr gerne es ist mein Zuhause ich sage da was ich will wem es nicht gefällt der wird halt nicht in den Abrufen dabei sein aber die Abrufe sind so hoch dass ich Menschen erreiche und zwar eben nicht im Kopf sondern im Herzen eins der größten Feedbacks war dein Podcast hat mir das Leben gerettet da komme ich gar nicht drüber weg über diesen Satz weil ich die Not spüre in gerettet das Wort gerettet ist schon ziemlich groß und gleichzeitig fühle ich mich so beseelt ich bin so dankbar dass ich das machen durfte ohne es zu wissen weil hätte ich das Feedback nicht bekommen woher soll ich es wissen ich freue mich über die Feedbacks und ich fände es schön wenn mehr Menschen auf meiner Homepage unter Kommentar ihr Feedback geben steh dazu und ich fände es auch schön haben wir jetzt dieses Jahr glaube ich bei Ende letztens neu eingerichtet den Wertschätzungsbutton oder hier in der Beschreibung von dem Podcast auch eben den Link zu Paypal guck ich wusste auch das wieder nicht man muss nicht mal bei Paypal sein und man kann trotzdem über diesen Link oder den Wertschätzungsbutton der zu dem Link dann eben wieder führt sprich zu Paypal auch eine finanzielle Wertschätzung geben ich finde es total schön ich habe das so lange nicht gemacht weil keine Ahnung ich kann dir das weil nicht mal sagen und jetzt finde ich es voll cool ich habe einen Wertschätzungsbutton ja ich habe das bei anderen auch gesehen aber ich habe jetzt einen Wertschätzungsbutton und da fühle ich mich fast wieder im Auto bei Dirk in der Tiefgarage wie er mich anschaut und sage du gehörst zu den Menschen ja ich gehöre zu den Menschen und ich gehöre zu den Tieren und ich habe jetzt Tränen in den Augen und demzufolge danke ich dir fürs Zuhören dass du so treu bist oder dass du treu wirst weil du jetzt neu auf meinen Podcast gekommen bist und dich schon jeden Montag auf eine neue Folge freust danke dass ich dir so nah sein darf alles Liebe deine Manuela Starkmann lebe deine Klarheit